Markus Rorsch in Tel Aviv, wie ist denn die Situation heute nach diesem blutigen Sonntag? Ja, die Lage spitzt sich noch einmal zu, soweit es dann überhaupt geht. Gerade wurden hier über Tel Aviv vier Raketen abgeschossen aus dem Gazastreifen. Offenbar M-75 Raketen, die die Hamas abgefeuert hat. Und in ganz Israel gibt es wieder Raketenalarm. Außerdem sind heute wieder palästinensische Kämpfer nach Israel eingedrungen durch dieses Tunnelsystem, dem das offenbar weiter verzweigt ist als angenommen. Und es gab schwere Kämpfe in der Nähe der israelischen Grenzen, der Rott und auch bei Nirim, ganz im Nordosten des Gazastreifens. Es sollen laut Armeeangaben über zehn palästinensische Kämpfer getötet worden sein. Aber es soll auch israelische Verluste geben. Also Israel tut sich sehr schwer, das Ziel zu erreichen, das Tunnelsystem der Hamas zu zerstören. Immer wieder kommt es zu heftigen Kämpfen, auch zu Häuser kämpfen. Also die Lage spitzt sich auch nach 14 Tagen Kampf zu. Ja gut, das ist ja nun anscheinend aber auch dieses Problem, diese Tunnel und diese Abschussrampen der Raketen zu zerstören. Das war das Ziel. Nun gibt es sehr viele zivile Opfer, auch auf israelischer Seite, doch Soldaten, die ums Leben kommen. Und das ist dann allerdings eine Frage der Unterstützung bei der israelischen Bevölkerung. Wie schwindet die jetzt? Also mein Eindruck ist, und ich spreche mit vielen Leuten, dass Israel hinter der Armee steht. Es sind ja 60.000 Soldaten im Einsatz, also quasi jede Familie hier hat einen Soldaten im Einsatz. Und man steht hinter der Armee, man unterstützt die Armee. Es gibt Veranstaltungen, die an die Soldaten gedenken an der Front. Aber in der Tat, es ist so, je mehr Opfer es gibt, und es gibt ja schon fast 20 israelische Opfer, desto schwieriger wird für die Regierung natürlich diesen harten Kurs durchzuhalten. Man hat offenbar unterschätzt, wie stark die Hamas sich eingegraben hat, wie gut ausgerüstet die Hamas auch ist. Und ich denke, wenn es in den nächsten Tagen weiter so viele Verluste geben wird, sowohl zivile Verluste wie auch Verluste auf der Seite der Armee, dann wird sicherlich die Unterstützung bröckeln. Gut, also das müssen wir natürlich abwarten. Abwarten müssen wir auch, ob es zu einem Waffenstillstand kommt, der natürlich von vielen Seiten gefordert wird. Und der Waffenstillstand wäre auch eine Bedingung für John Kerry, den amerikanischen Außenminister, nach Jerusalem zu kommen, um zu verhandeln, um die Seiten an einen Tisch zu bringen, um vielleicht Frieden zu erzeugen. Glauben Sie, dass er erstens kommt und dass auch ein Waffenstillstand kommt und dass das ganze Erfolg haben könnte? Ja, wir hören gerade, dass John Kerry auf dem Weg ist. Erstmal nach Kairo. Dort wird er mit der ägyptischen Militärführung sprechen. Die ägyptische Führung hat ja letzte Woche einen Drei-Punkte-Plan vorgelegt. Er ist von beiden Seiten abgelehnt worden. Wobei die Israelis mehr dazu bereit waren, ihn anzunehmen. Aber dann ist es gescheitert. Er wird in Kairo sondieren und dann wird er weiter entscheiden, was er macht. Entweder er fliegt nach Jerusalem. Das wäre sicherlich ein Durchbruch. Bei John Kerry wird sich nicht noch einmal blamieren. Er hat sich ja in den letzten Monaten immer wieder versucht zu vermitteln. Es ist gescheitert und ich denke, wenn es einen Durchbruch heute in Kairo geben sollte, dann wird John Kerry weiterreisen. Und dann stehen die Chancen sicherlich gut, dass so etwas wie ein Waffenstillstand, eine Waffenruhe zustande kommt. Aber momentan ist man sehr weit davon entfernt. Beide Seiten rasen quasi wie ein rollender Zug aufeinander zu und sind nicht bereit, Kompromisse zu machen. Herr Roschner, ganz kurz eine Frage zu der Situation der Flüchtlinge auch innerhalb von Gaza. Wo können die hin? Wie ist die Situation? Ja, das ist dramatisch. Es sind Zehntausende auf der Flucht. Mittlerweile sind etwa 65.000 Palästinenser in UN-Einrichtungen geflüchtet. Und es gibt nur 60 UN-Einrichtungen. Die sind für etwa 30.000 maximal ausgelegt. Die Menschen können nirgendwo hinflüchten. Denn es wird überall geschossen. Sie sind auf den Straßen, sie übernachten in Freien bei Krankenhäusern. Also die Lage für die Zivilbevölkerung ist dramatisch. Die Menschen wissen nicht, wohin sie sollen. Markus Rosch, haben Sie herzlichen Dank und Grüße nach Tel Aviv. Und wir hoffen natürlich das Beste.